Du, Lisbeth? Ja? Weißt du eigentlich, was nächsten Samstag am 25. März los ist? Ja, das weiß ich. Echt? Woher weißt du das? Das weiß doch ganz Europa. Was? Wieso denn das? Naja, dass die Winterzeit auf Sommerzeit umgestellt wird, das weiß doch jeder. Aber das meine ich doch gar nicht. Jeder? Was meinst du denn, du? Na, das Starkbierfest von den Pios Bläser im Burkirchen, meine ich. Oh, da gehen wir hin. Ja, wir zwei sind auch dabei. Mei, das wäre der Gaudi, da ist es aber richtig zünftig. Ja, und ein gutes Starkbier gibt es auch. Holla, Raito, je. Jawohl, 18.30 Uhr ist ein Lass. Ja, und ein bisschen später dann geht es los, geh, Peppo? Ja, meintag freue ich mich. Ja, also. Bis dann. Bye-bye.